Mit der Körnerkiste können Sie Ihren Sachunterricht noch anschaulicher gestalten. Die Kiste besteht aus mehreren Einzelteilen und richtet sich an den Sachunterricht der dritten und vierten Klasse. Zum einen sind hier die Körner, einfach dass die Kinder die Körner einmal live sehen und auch anfassen können. Es sind neun verschiedene. Dann haben wir hier bunte Karten, auf denen die Frucht abgebildet ist, also die Frucht, aus dem der Korn gewonnen wird. Dann haben wir hier den Querschnitt eines Korns, einfach dass die Kinder einmal sehen, wie ein Korn überhaupt aufgebaut ist. Dann beschäftigt sich eine Karte mit den Hintergrundinformationen zu Getreide allgemein. Also was ist Getreide, was zählt alles zu Getreide, wie sieht Getreide aus. Und dann gibt es noch neun Hintergrundkarten, die die einzelnen Körner beschreiben. Also woher stammt der Korn, wie wird er angebaut, wofür wird er benutzt. Jetzt müssen sie die verschiedenen Einzelteile einander zuordnen, damit die Kinder schnell die Zusammenhänge lernen. Dazu verteilen sie die Karten erst einmal auf den Tisch. Also wir haben Hafer, Roggen, Hirse, Gerste, Buchweizen, Weizen, Mais, Dinkel und Reis. Jetzt ordnen sie die Dosen zu. Also wir haben hier zum Beispiel Mais. Anhand der Nummerierungen hier auf der Rückseite der Dose können sie die Karten leicht zuordnen. Also hier steht immer die Zahl, also dazu gehört die Dose und auch die Frucht. Also auch auf der Frucht sind hinten die Nummern abgedruckt. Also werde ich hier, das gehört zu Buchweizen. Jetzt können die Kinder nach und nach die Karten durchgehen, können den Text durchlesen, können die Dosen öffnen und anfassen, dass sie wissen, wie sich der Korn auch anfasst. Sie können sich die Frucht einprägen, wie genau sieht zum Beispiel die Frucht von Roggen aus. Und so lernen sie den Zusammenhang kennen. Zudem gibt es für Lehrer hier auch noch eine Handreichung, in der ein paar Beispiele stehen, was man genau mit der Körnerkiste anstellen kann. Und es gibt auch eine Kopiervorlage. Also die können sie einfach für die Schüler kopieren. Auf der einen Seite sind nochmal die Abbildungen von den Früchten, die die Kinder dann einfach zuordnen können, vielleicht auch noch anmalen können. Und auf der Rückseite ist so eine Art Steckbrief. Da kann man zum Beispiel sich ein Korn aussuchen, dem Kind geben und das Kind muss dann die Fragen dazu ausfüllen.